Um im Einklang mit der Natur zu leben, hat sich Jennifer Gates, die 26-jährige Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates, in der Nähe von New York City eine eigene, ruhige Wohlfühloase erschaffen. Ihre Wohnadresse wird Billionaires Dirt Road, übersetzt Schotterweg der Milliardäre genannt, da auch zahlreiche anderen Promis dort das ruhige Landleben genießen. Anlässlich ihres erfolgreichen Stanford-Abschlusses in Humanbiologie hat ihr berühmter Vater ihr vor vier Jahren das 50 Hektar große Grundstück gekauft. Um möglichst nachhaltig zu leben, hat die 26-Jährige das bescheidene Wohnhaus nicht abgerissen, sondern es mit zusätzlichen Stellen, Reitplätzen und Gästehäusern zu ihrem eigenen Heim gemacht. Dort lebt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Nayel Nassar, der sowohl Profispringreiter als auch ehemaliger Stanford-Absolvent ist. Geheiratet hat das junge Paar im Jahr 2021 auf seiner Farm. Im Jahr 2023 erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Baby. Ihr Kind wollen sie auf der Farm aufwachsen sehen, umgeben von den Pferden, die das Paar pflegt und liebt. Die Leidenschaft für Tiere, die Jennifer und ihr Ehemann sehr stark verbindet, entwickelt sich bei Bill Gates' Tochter schon sehr früh. Bereits mit sechs Jahren sitzt sie auf einem Pony und übt Springreiten. Auch heute noch nimmt sie an zahlreichen Wettbewerben teil und stellt sich dabei stets unter Beweis. Zusätzlich dazu hat sich Jennifer Gates beruflich umorientiert und studiert nun Medizin mit Fokus Kinderheilkunde in New York. Eine weitere Chance, um ihr Können zu beweisen, wie auch ihre neue Rolle als liebevolle und fürsorgliche Mutter, die jetzt auf sie zukommen wird. Was bei einem Pferd aufwachsen ist, Was bei einem Pferd aufwachsen? Frau ein Pferd aufwachsen,